Hey Leute, hier ist wieder der Thorsten und in diesem Video geht es mal gewisserweise um den Dynamikumfang oder auch Kontrastumfang genannt. Und zwar ist das bei der Fotografie so eine Sache, denn wenn ihr zum Beispiel Motive habt, die viele dunkle Bereiche haben und viele helle Bereiche, dann kann der Sensor das Ganze nicht komplett verarbeiten und er bekommt da eben einfach Probleme. Ein Beispiel wäre bei einer Hochzeit der Bräutigam im dunklen Anzug und die Braut daneben dann im hellen Brautkleid. Oder auch bei der Landschaftsfotografie, da hat man oben dann einen hellen Himmel und unten meistens eine etwas dunklere Landschaft. Und da gibt es zum Beispiel Grauverlaufsfilter für Landschaften oder auch die Möglichkeit HDR-Bilder zu machen, also auch den HDR-Modus an der Kamera einzuschalten. Da werden dann unterschiedlich belichtete Bilder gemacht, die dann übereinander gelegt werden. Aber oft ist es vielleicht auch so, dass man im Alltag den Grauverlaufsfilter gar nicht dabei hat oder auch eine Kamera hat, die keine HDR-Funktion hat. Oder man einfach auch keine Zeit hat, um jetzt den Grauverlaufsfilter noch drauf zu machen oder die HDR-Funktion einzuschalten. Oder wie auch immer, vielleicht möchte man noch einfach mit einer Digicam das Bild machen oder mit dem Handy. Und ja, da habe ich eben so einen kleinen Tipp, was ihr dann am besten machen könnt, um dann mit dem Bild doch noch was anfangen zu können. Generell sollte man schon mal im RAW-Format das Ganze fotografieren, wenn möglich. Beim Handy ist das natürlich so eine Sache, aber wenn ihr im RAW-Format fotografieren könnt, dann macht das auch, denn dann könnt ihr meinen kleinen Tipp auch umso besser anwenden. Ich habe hier ein paar Beispielbilder, das sind jetzt alles keine Meisterwerke, aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht einfach darum, euch mal zu zeigen, was da überhaupt passiert oder passieren kann. Und hier sieht man zum Beispiel, wir haben hier überall Details im Bild. Also wir sehen den Himmel, der hat hier noch Struktur, man sieht die Wolken, man sieht hier unten auch das Gras. Das ist eigentlich alles okay. Und das liegt daran, dass hier ein bewölkter Abend war und da eben keine großartig unterschiedlichen Kontraste und Helligkeitsbereiche jetzt im Bild sind. Wenn ich hier die Lichter ein bisschen nach unten ziehe, sieht man, man bekommt noch mehr Struktur in den Himmel. Also mit dem Bild kann man auch so ganz ohne Probleme arbeiten. Und wenn wir uns noch ein Bild anschauen, das war auch abends Sonnenuntergang. Man sieht hier die Schatten noch, also die Sonne war links von mir und da geht das auch noch ohne Probleme. Man hat eben noch Zeichnungen hier oben in den Wolken. Hier unten sieht man die Gebäude, die Autos. Das kann man alles noch erkennen. Wenn man also nicht direkt gegen die Sonne fotografiert, sondern eher mit der Sonne, dann ist es alles noch nicht so gravierend. Aber im nächsten Beispiel habe ich hier zum Beispiel ein typisches Gegenlichtbild, also Sonnenuntergang. Und wenn ich da jetzt mal die Belichtung nach unten ziehe, man sieht einfach, dass hier oben keine Informationen mehr sind. Man sieht keine Wolken, sondern es ist einfach nur so ein ganz komisches Grau. Und das sieht natürlich auch nicht so gut aus. Und ja, da fängt jetzt eben das Problem schon an. Wir haben zwar hier unten die Häuser einigermaßen korrekt belichtet, aber hier oben haben wir, wie gesagt, keine Informationen mehr. Und da habe ich noch ein Beispiel hier vom Shooting mit Anna. Das war ein erstes Testbild, da hatte ich noch keine Werte eingestellt und so weiter. Aber um euch das hier mal zu demonstrieren, ist das ganz gut. Das ist jetzt auch ein RAW-Bild, aber selbst da bekomme ich eben jetzt keine Informationen mehr hier raus, weil es einfach viel zu hell aufgenommen wurde, also viel zu hell fotografiert wurde. Und ja, ihr seht, mit so einem Bild kann man nicht wirklich viel anfangen. Das sieht nicht gerade schön aus. Und da ist mein Kompromiss einfach, dass ich das Bild dann eher so fotografiere, dass die hellen Stellen wirklich noch alle da sind. Also man sieht das an diesem Beispiel jetzt. Die Wolken, die haben alle noch Struktur und Zeichnung. Man kann alles noch erkennen, aber hier unten ist es eben recht dunkel. Und ich mache es dann so, dass ich lieber die dunklen Bereiche später eben ein bisschen heller mache, denn das ist eben noch ganz gut möglich, als dass ich die hellen Bereiche später dunkler machen möchte. Denn wie man hier im vorherigen Bild gesehen hat, klappt das nicht wirklich, wenn keine Informationen mehr da sind. Ja, jetzt kann ich bei diesem Bild zum Beispiel die Tiefen etwas anheben, auch den Schwarzwert etwas anheben. Man sollte es da auch nicht übertreiben. Ich schaue mal noch nach der Belichtung, die kann ich noch etwas anheben. Und dann die Lichter auch wieder etwas nach unten. Und dann sieht man schon, dass wir hier unten den dunklen Bereich, wie er vorher war, dass wir da einfach den ein bisschen heller gemacht haben und Details rausgeholt haben. Deshalb ist es auch praktisch, wenn man das Ganze im RAW-Format fotografiert. Man kann auch mit den Kurven dann noch ein bisschen hier arbeiten. Dazu habe ich auch schon mal ein extra Video gemacht. Wenn ihr das noch nicht kennt und sehen wollt, wie die Kurven funktionieren, dann schaut euch das Video an. Ich habe das auch am Ende dieses Videos verlinkt. Und wenn uns jetzt hier unten der Bereich etwas zu kühl erscheint, im Gegensatz zu oben, dann nehme ich mir einfach den Verlauffilter, ziehe den mal hier unten über die Häuser und dann werde ich die Temperatur hier etwas anpassen. Und ihr seht schon, wie das Ganze etwas wärmer wird hier unten und dadurch auch eher zu der Stimmung hier oben im Bild passt. Ja, wenn ihr die dunklen Bereiche heller macht, dann kann es auch sein, dass mal etwas Rauschen auftritt. Man sieht das hier jetzt zum Beispiel. Und dann kann ich hier die Rauschreduzierung noch etwas anwenden. Und wenn ich die jetzt mal hier auf ca. 30 bringe, Farbe noch etwas, dann seht ihr auch schon, wie das Rauschen verschwindet. Ich hoffe, man sieht es im Video jetzt auch. Aber das ist dann eben noch so eine Möglichkeit, das Ganze dann wieder etwas zu verbessern. Und ja, das ist so ein Kompromiss, den ich dann einfach so mache, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, mit einem Grauverlaufsfilter oder eben als HDR zu fotografieren. Und ich denke, der Tipp hilft auch vielen Einsteigern gerade weiter, die noch gar keinen Grauverlaufsfilter haben, die vielleicht auch gar keinen möchten, weil sie ihn eh nur einmal im Jahr bräuchten oder ähnliches. Also fotografiert es so, dass die hellen Stellen auf jeden Fall noch Struktur haben. Und dann könnt ihr die dunklen Bereiche später etwas heller machen. Entweder mit Lightroom oder Photoshop oder eigentlich auch mit jedem anderen Bildbearbeitungsprogramm. Wenn ihr jetzt noch sehen wollt, wie die Gradationskurven funktionieren, dann schaut mal hier in der Seite, da habe ich das Video verlinkt. Mit den Gradationskurven kann man wirklich sehr viel machen. Das solltet ihr euch unbedingt mal anschauen. Und darunter findet ihr ein Video, wie ich ein Porträt bearbeite. Auch einfach mal von A bis Z in so einem Filmlook. Und wenn ihr meine Videotrainings noch nicht kennt, Porträts gezielt bearbeiten 1 und 2 oder auch das Lightballs-Training, dann schaut mal in der Videobeschreibung, da habe ich das nämlich verlinkt. Da findet ihr alle Infos dazu. Und dann seht ihr eben auch, wie ich Bilder von A bis Z bearbeite, auf was ich da achte, auf was es ankommt und so weiter. Und dass das eben auch wirklich sehr schnell und einfach gehen kann. Ja, und auf meinem Kanal findet ihr natürlich auch noch jede Menge andere Videos. Schaut euch da mal um. Die kennt ihr bestimmt noch nicht alle. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, klickt hier unten auf Abonnieren. Und dann sage ich jetzt wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!